Brot ist das Natürlichste auf der Welt. Mehl, Wasser, Hefe. Und es ist eigentlich nur aus drei Zutaten besteht und es so einfach ist. Es ist ein bisschen wie Zauber, da muss man schon sagen. A la Perfektion. Ich liebe mein Geschäft, weil es ein Geschäft, der die Menschen nourriert. Es gibt nur eine Sourddauhe-Library in der Bakery-Welt. 108 Start-ups aus 20 Ländern. Das ist nicht so viel, aber es war immer Wachstum, 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 das Ziel. Die Sourddauhe wurde analysiert und die Mikroorganismen wurden isoliert. Dass Brotbacken und Landwirtschaft Handwerk ist, ich glaube, das wissen gar nicht mehr viele. Baking ist Science. Um so ein Brot zu produzieren, braucht man erstmal natürlich billiges Weizen, Mehl. Und das wächst halt dann nur mit viel Pestizid-Anwendung. Ein Kilo de Pembio, c'est 1,50 m² de terre qui est préservé pour les générations futures. Das hätte ich am Anfang auch unterschätzt gehabt. Am Anfang war es so, ich bin heimgekommen und habe gedacht, ja, Brot ist Brot. Aber das ist es überhaupt nicht, ja. Das ist wirklich eine Kunst. Ja, das sind es auch mal ein Bäcker. On my Facebook page, people go crazy about this. We call that bread porn. It will